mach mal neu ja du kriegst direkt in den ersten zehn sekunden das gegentor dann fällt das zweite direkt hinterher und dann kommst du nicht mehr ran das ist schwierig da hast du echt ein bisschen pech dabei ja 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 gut ich habe den falsch getroffen wie ich meinte gut nach vorn gespielt hat und thomas ja ja das war okay ich bin halt nur leider ein bisschen okay sorry sorry da sag was sag was wenn du da auf der linie alter schade auf der linie holt er den noch aus das war nicht dein schild ja ich bringe nochmal die mitte ich bringe nochmal in der mitte ich habe extra mit ganz viel gefühl da hinten reingelegt schnell zurück schnell zurück weg weg Was Ich habe die Wand frei gehabt ich hätte nur reindrücken müssen egal ich weiß drauf ORCO ganz knapp dran vorbei der war gut gespielt der ball aber der ich kann mich schon schade ich bringe zurück geht das mal wieder nach vorne war das frei eigentlich ja ich sagte noch ja ja ich will noch mal ich weiß dass ich auch nicht hin nein wird der peter mir nicht im weg stehen dann kann ich den drehen kann ich den reinhauen da habe ich nicht blockiert weil ich habe die graue den winkel da drin gehabt hier ist das ärgerlich ist das ärgerlich ist das ist das ärgerlich steht über mich hinweg da ist ja ich doch dran da ist ja ich glaube ich bin ein bisschen gefordert zu spüren Mist Schade Nein Nein Nein, ich habe doch keine Kraft dahinter gehabt Das ist der Gramm hier gerade Ja, weil ich zurück will ums Tor zu schützen kämpfen Ich habe es gerade gemacht, alles gut Ich war noch irgendwie Küche da noch irgendwie? Ne Hat er nicht mehr rumbekommen Aber der Mach mal so Ja, warte Schön, Markus Vielleicht noch ein bisschen Hoffnung Schön gemacht Mist Scheiße Nein Ja, ich bin viel zu Schön Wie auch immer das jetzt gerade war Hab doch wieder vorne Ja Schön, Markus Was ein Spiel Ich habe da noch so irgendwie ein bisschen umgelenkt Geil gespielt, doch Geil gespielt Geil Komm, jetzt Nein 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 Oh Gott Ich Sie jetzt in die Verlängerung irgendwie rein Ich liebe das, dass ich auf japanisch zähle, das ist so geil, boah, yes! Ah, verdammt, der hat immer weggestürmt. Oder? Ja. Oh, sorry, Kev. Na, alles gut, nichts passiert. Nein! Oh, Mann! Wir kriegen das Ding da hinten aus der Ecke raus und er macht den dann schön eisgehalt. Wir kriegen die Typen nicht geschlagen, wir kriegen die Typen nicht geschlagen. Das sind aber auch andere gewesen, da waren nur zwei rausgegangen. Ne, ne, also der Buck und der Wolf, die zwei, der Mario Gamer, ich glaub, die waren mit dabei. Eben von der Runde noch. Aber die Hoffnung war da nach dem Spiel, nach dem Ausgleich. Ich dachte mir, jetzt kriegst du so, dann kriegen sie so. Machen sie sich nochmal kurz vor dem Ende. Ja, aber die zwei sind jetzt raus, ja. Ah, ist das zum Kotzen gerade. Auf, auf, komm! Wir haben ein Bot, haben sie auf jeden Fall mit dabei. Schade! Da hat er den noch mitgenommen, da hat er den noch gehalten. Ach, Mann, über mich drüber. Sorry. Dann habe ich ein bisschen sehr... Ich krieg den nicht weg. Schade. Ohne Boost, gar nicht Chance. Alles explodiert hier gerade rum, Moment rum. Mist. Ich bin dabei im Rückraum, aber... Ist immer so, wenn die nicht mehr wissen, was zu tun ist, sprengen die. Naja, das passiert bei vier... Bei acht Autos auf dem Feld. Schauen wir mal wieder. Ich bring ihn in die Mitte, oder? Bringt er in die Mitte? Ja. Nein! Nein! Nein, der Tor ist frei und nein, das kann doch nicht wahr sein, das ist jedes Mal die gleiche Scheiße. Ein fucking langer Ball und dann ist das Ding hinten offen. Scheiße! ja ich komme nicht drüber schade wie ja 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 Sorry Markus, ich habe wieder Wabisch den Ball. Schade, schon gewalt, schön gemacht. Geht in die Mitte? Jawoll, endlich, Dankeschön. Schön, Yvonne. Ja, man muss ja das Scheißding auch mal rein, das hat sie gesagt, ich kenne das, irgendwann reicht, war top gemacht, jetzt wenn ich mal, den muss man verdient jetzt. Ich habe nicht hinterher in den Winkel rein, ey Mann, wo wieder dieser Typ ey. Ich wollte es noch abwehren, aber auch vor mir dran. Ja, ich auch. Irgendwie. Meiner. Vor allem Kev schreibt Meiner und Schatz voll dran vorbei. Nö, nicht der Ball, aber der tust. Das war's. Kostet das Spiel wirklich im Moment 70 Euro? Das war's. Ja, 60 Euro die normale und 70 diese Explorer Edition. Okay. Boah, leg mich doch einmal, ich werde auf mich wegzudrücken. Er hat sich dann im Tor mit rausgehauen. Ja, danke, Markus, dass du mir jetzt vornehmen willst. Wöbe, du bist irgendwie sogar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.